Der Landkreis Mittelsachsen richtete im Rahmen der Euro-Region Erzgebirge den internationalen Jugendfeuerwehrwettkampf 2017 aus. Dieser stand unter dem Motto Vorbereitung der Jugendfeuerwehren auf Hochwassergefahrensituationen. Es starteten insgesamt 16 Mannschaften, 4 aus dem Landkreis Mittelsachsen, 4 aus dem Erzgebirge und 8 tschechische Mannschaften aus den ehemaligen Landkreisen Louni, Most, Schomuthof und Teblitz. Eine Mannschaft bestand aus 5 Wettkämpfern, wobei mindestens ein Mädchen dabei sein musste. Elf Stationen rund um die Jugendherberge Falkenhayn galt es abzuarbeiten. Die Stationen lagen an einer ca. 3,5 km langen Wegstrecke und beinhalteten beispielsweise Notrufe absetzen, Feuerwehrgeräte identifizieren, Schlauchbootfahrten, Schlauchflöchten, Löschangriffe und Bierkisten stapeln. Gewonnen hat die Mannschaft der Jugendfeuerwehr aus Bilenze. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft aus Lennesitze Ahr und den dritten Platz belegte die Jugendfeuerwehr Niedervieser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017